Sooo... Macht Fraps von sich nicht vom Spiel? Jaja... Sooo... Moment... Ich begrüße euch zu... Black Talon und so weiter... Äh... Ja... Es ist so... Einfach so rein... Die Leute lachen mir dazwischen und so weiter... Okay... Ihr starten einfach mal... Also Black Talon dürfte eigentlich jedem bekannt sein... Ja... Kannst mal starten, Bo? Oh ja... Sorry... Ich war grad abgelenkt... Sag dem Captain, dass ich... Sooo... Jetzt gibt ihm das Ganze leider einfach mal... Sag einfach mal... Worum es geht... Und zwar... Wir... Black Talon ist eigentlich für zwei Leute ausgelegt... Zu Level 10... Und man reist da nachtrum... Und Kas muss einen General gefangen nehmen... Allerdings weigert sich der Captain dafür... Ich will euch nicht länger... Ach... Das heißt, man muss die Black Talon erstmal übernehmen... Und dann... Auf das Schiff... Keine Ahnung, wie das Ding heißt... Naja... Kommt gleich... Dort kämpft man gegen die Republik... Ach, man sieht's... Ach... Wie die... Und ihr soll da... Ja, man! So... Die Black Talon ist auch ein sehr... Dialoglastiger Flashpoint... Das heißt, hier kann man sehr gut Sozialpunkte fahren... Ja, Bo, du flitzt hier... Und gute Punkte auch... Oder böse... Ja... Dunkelböse Punkte... 200 pro Run... Identität... Wer ist denn hier aus Main? Ein Gruß vor sechs Stunden... Dieser Passagier... Der hat nicht gedürft... Jetzt gerade... Bin ich mehr daran interessiert... Nach Drum und Kaas zu gelangen... Das kann ich nicht... Denn ich... So... Ausgezeichnet... Ich fahre fort... Da sind die Gegner ein bisschen knackiger. Ein bisschen. Ja, allerdings kann man das auch als Guide für Level 10er benutzen. So schlimm ist das nicht. Der Unterschied zu uns ist nur, unsere Gegner haben mehr Life, machen mehr Damage. Und wenn wir zu langsam sind, gehen sie Enrage und machen mehr Schaden. Jetzt ist es Zeit zu sterben. Blaster raus! Oh, boh, du als Guter? Naja. Unsere Priorität ist erstmal die kleinen Platz zu hauen. Der Tank tankt in Elite. Mehr gibt es hier eigentlich nicht zu beachten. Wie gesagt, Blacktail ist easy going. Ich war da schon unzählige Male drin. Selbst zwei Cis-Inquisitoren. Einmal Atemtäter, einmal Exa können da durchlaufen. Die Pferden zählen ja auch als Gruppenmitglieder und können tanken, oder teilen. Auf normalem Modus ist es noch nicht so wichtig, eine feste Gruppe zu haben. Richtig, die Bombe hier, ne? Dass sie auf den Mond fliegen. So, ist hier irgendwer noch am Leben? Nö. Nö. Ich glaube, hier von der Seite kommt gleich welche. Ja, hier sollte man so ein bisschen auf Türen achten, weil da können Ads rauskommen. Hier im Hero-Stück könnte ich doch ein bisschen böse sein. Ich kann Ihnen versichern, der Tod aller verletzten Grupp-Mitglieder wird strategisch unbedürfend sein. Wenn wir nachher die Quest-Abgebung, so wie wir die erste Quest machen, fahren wir denn durch? Also wenn die Cap-Sendern... Und wie meinst du? Da können wir uns durchfahren. Wenn alle auf dem Mount sind, können wir durchfahren. Dann müssen wir die ersten beiden nicht machen. Nö, es ist egal. Mir auch. Müssen wir halt alle auf dem Mount sein und schnell durchfahren. Und nicht anhalten. Nö, ich bin offen für neue Tricks, ne. Wieso nicht? Versuchen kann man es ja. Entweder wir fahren unzählige Reppkosten oder wir... ...paffen das. Wir sind aber nur eine Zeitbatch-Frage, das ist für die Trommenein nichts. So, hab eigentlich hier noch gar nichts zur Rollenverteilung gesagt. Bo und ich sind einfach nur Schadenshausteiler. Karak, mach den Heiler. Proctor ist der Tank. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Aber dich mag ich nicht, du kriegst einen Knauflack in die Fresse. Das war's schon. Das heißt, wir können hier noch mal mit dem Droiden reden. So, hier gibt's noch eins zu beachten. Abhängig davon, ob wir jetzt einen Käpt'n töten oder nicht, ändert sich der Flashpoint. So, ich bin... Soll mich das etwa... Ich will gar kein... Ihr seid doch die Black... So, ich töte ihn natürlich. Eine Selbstmord-Mission ist es, eure Vorgesetzten zu ignorieren. Du Mörder. Ich bin ein Cis. Er ist tot. Ruhe! Könnte sich jemand um die Sauerei hier kümmern? Wir haben was... Und was ist mit... Ihr habt auch... Na, Artieb, neue Büff... Bro, Cara! So, er ist... Er ist... Er ist... Er ist... Er ist das Schiff, ne? Wir lassen jetzt den Hyper... Der Feind... Die Kapseln... Ne, das ist er... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Black-Kelland. Er ist, glaube ich, der republikanische Flashpoint. Ich gebe der Sicherheit... Und kein... Ja, Brantel Star hieß das Ding, so. So, dadurch, dass wir den Käpt'n jetzt getötet haben... Und... Ja, die Assistentin... Übersehen hat, dass das... Warnung. Sekundäre Eterkapseln waren. Wir müssen uns erstmal darum kommen. Etwa den Käpt'n... Ne, wir müssen doch eigentlich auch noch um. Ne. Wir müssen doch noch um, oder? Also laut Map. Ja, würde ich auch mal sagen. Oh, Moment. Dann maut dich auch mal auf. Etwa den Käpt'n verschont, hätten wir eine Entermannschaft auf der anderen Seite besiegen müssen. Aber die Belohnungen ändern sich dann nicht. Oh, wir skippen hier das Ganze. Jetzt mit durchfahren. Ja. Weil die Bonus-Mission ist eigentlich unwichtig. Jawohl, ich wurde runtergestoßen. Wir können eh nicht hoch. Wir sind jetzt eh gelitten. Jawohl. Na dann. Ach, das sind eh normale. Ich schmeiß mal trotzdem hier alles an. So. Mit der Bonus-Mission schalten wir einen Bonus-Boss frei. Aber ob er den machen ist, ist eine andere Sache. Ich mein, wir können den ja versuchen. Ja. Wir sind jetzt alle ein bisschen besser equipped als früher. Das sollte dann klappen. Also diese neue Strategie, die konnten wir vergessen. Zusätzliche Sicherheitskräfte im Frachtbereich mit Entremungsmaßnahmen erforderlich. Bitte reagieren. Aber die Idee war gut. Moment. Wir kommen gleich mal noch mehr rein. Kann mich irgendjemand hören? Hier spricht der Maschinenraum. Wir haben einen Notfall. Bitte melden. Die Drohbiden haben uns aus der Steuerzentrale ausgesperrt. Sie sabotieren den Antrieb. Das ist alles richtig. Wir haben einen Notfall. Noch einen hier umhauen. Dann kommt der erste. Allerdings müssen wir erstmal hier wieder ein paar Ants killen. Bevor wir uns dem anschließen. Erstmal müssen wir uns noch hier links runter. Ich denke, mir ist ein paar Ants schweißen. Ich schicke den Gegner durch die Tür. Hier. So, dann auf die gegenüberliegende Seite. Dann können wir uns mit dem Boss kümmern. Oh, da ist ein Hänger. Ah, das war kein Crap. So, jetzt ist der Boss dran. Bei dem muss man beachten, da kommen so kleine Aids, die nach ein paar Sekunden explodieren und AOE-Schaden machen. Und im Rufen-Modus ist das nicht so dolle. Ich stecke jetzt mal hier schön hinter den Boss. Der einzige, der vor dem Boss steht, ist immer der Tank. So, ich... Achtung, da kommt der erste Aids. Genau, richtig. Mal schön wegschlagen. Da ist wieder einer. Hinter dir, wo? Hier, die ist nicht. Noch einer. Hinter dir, Proktor. Und wieder einer. Ich komme jetzt in Scharen. Aber der Boss ist jetzt tot. Hier spricht Lieutenant Silas. Wenn ihr das hören könnt, kehrt bitte zur Brücke zurück. Wir brauchen... So, schnell ausschalten. Ja, alternativ können wir die Dinger schnell töten. Oh. Ja, komm, dann klatschen wir mal auf. So, was haben wir denn da für eines? Stärke, Ausdauer, schwere Rüstung. Ja, was für den... Und nicht vergessen, dass JEDER den Boss lootet. Denn im Hierarchischen Modus gibt's thionische Kristalle, die dann dafür das Tier 1-Sets wichtig sind. Ja, P... äh, Dingsmins braucht das nicht, Proktor. Crapiger Crap. Jawohl, obwohl's episch ist. Naja, ich hab ein bisschen Geld gelassen, besser. Für die Knight Rider. Voll equipt. Was ging. Was es auch her gab. So. In diesem Flashpoint kann man leider keine Holo-Gespräche machen. Weil man auch sehr viel interagiert. So, können wir jetzt... Schadensberichte von allen Decks. Haltet weiter, du... Alarmdörer. Glückwunsch. Ich verlange einen Sta... Wir haben die äußeren... Eine übertragen... Wie kann das sein? So, und jetzt treffen wir da... Als Imperial das erste Mal auf Bass... Satile Fawn. Aber die Beeindruckt ist nicht großartig. Diese Worte, die Blöntal... Ich habe... Die gibt ja jetzt ein bisschen an... Und die Gestorben... Aber... Was soll's. Wieso höre... Ihr habt eure Position. Sind auf Jägerentfernung. In Ordnung. So. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Wir warten auf... Ich warte ihn! Ich glaube, wir kommen später. Nee, die kommt jetzt. Die wäre jetzt gekommen. Egal. Ja. Da ist eh nur Crap darin. Jedenfalls... Was... Satiles Drohungen... Geht uns voll am Arsch vorbei. Wir gehen jetzt rein in die Brantle Star... Und holen uns im General. Oh, hier müssen jetzt alle mit der Tür interagieren. Ja, dann können wir weiter. Ja. Mann, sind die schwach. So. Jetzt darf von links kommen Ads. Nee, doch nicht. Dann später. Doch, doch. Musst du die triggern erst. Na, mach du dich mal schon platt. So. Hier... Links kommen wieder Ads. Sein Heilungskill ist ja schwächlich. Sekunde mal. Dreck auf dem nächsten Elite drauf. Wo ist er denn? Der lag doch eben da hinten in der Ecke. Ja. quit364 Jamie City drauf. N thuw 논�zan ist ja schwächlichracy. Ohwać. Die c eveen, auf geht nicht. Ich habe mich relativ kampfeder diese Kalle. Die c mm Tück. Ja, ist immer schön, wenn da irgendwas auf dem Boden auftaucht. Immer schön rausgehen. So. Hier auch mal ein bisschen sauber machen. Na, erstmal hier die Argo vom Elite löschen. So, jetzt hier mit der Konsole interagieren. Hier, Protokollein, bitte halten. Die Marines, lasst euch mit. Mich interessieren keine Entschuldigung. Ja, aber... Ich habe die... Es ist äußerst... Wir werden den General haben noch... Ausgezeichnet. Ich melde mich wie... So, und weiter geht auf Spaß. Jetzt kommen wir da gleich wieder von rechts jetzt. Du kannst mal deinen Machtschrei wirken. Das wäre sehr nett. Da liegt noch einer. Ach. Ganz, ganz, ganz besser. Ja. Der hat einen bösen AOE-Skill, der alle instan tötet. Daher schnell töten. Oh. Machtsprung nicht bereit. Na, egal. Dann so. Ja, jetzt wurde ich mir irgendwie zurückgeschleudert. Was soll's. Der Trash hier, der ist eigentlich total easygoing. Also bei dem zu sterben, da ist schon... Da muss man sich richtig dämlich anstellen. So, wir kommen schon langsam zum nächsten Boss. Wird man den angeht. Erstmal den kompletten Raum hier clear. So, da hätte ich noch die. So. Na, wo bist du? Ist der Interrupted zuerst? Äh, kannst du machen. Also bei dem nächsten Boss, Commander Gulli. Gibt's eigentlich nicht so viel zu machen. Außer, dass er regelmäßig Sonden herbeiruft, die bösen Schaden verursachen. Also entweder kann man die interrupten, oder schafft man das nicht. Dann sollte man den ein bisschen weiter weghalten. Und das war's auch schon. So. Boa, nimmst du den rechten? Jupp. Dann gehen wir links. Und dann gehen wir links zurück. Ah, ein Teil von mir hat sich gewünscht, dass ihr einfach auf dieses Schiffes kommen würdet. So, wo ist er denn? Ah, diese Dinger beschwört er nämlich ständig herauf. Ah, jetzt bist du dran, ne? Ah, hab ich mich schon drauf gefasst. Ah, kein Ding. So, jetzt bin ich als nächstes wieder dran. Kannst du dich erstmal ausruhen. Okay. So, hab Interrupted. Du bist... Wunderbar. Jo. Weil zweimal hintereinander schaffe ich nicht. Dafür ist meine Abbringzeit zu lang. So. Machen wir einfach ein bisschen mehr Schaden rein. Vor der Enrage geht. Stimmt nicht, dass er Enrage geht. Glaube ich auch. Also, seit es ist am ersten Rand hier weitaus besser. So. Ach, scheiße. Ich hab so viel gedrückt. Haha, verdammt. Was denn? Ja, Interrupten. Ah. Hab ich nicht mehr. Ah, ich aber. Lol. Ah, ich glaube im Normalmodus könnte man den auch drücken. Hm. Weil, oh, der ist Enrage. Aber tot. Hm, lol. Ja, ich wollte nicht. Oh, oh, oh. Etwas für Beine. Oh, für dich? Hm, ja. Ja. Brauchst du das, Karak? Was? Nee. Neh, nehme ich die gerne. Na, dann geht's halt. Ja. Da verliert ich zu viel Schritt. Ja, bei mir auch, aber ich werd das noch mal brief. Scheiße, nee. Wie ihr seht, die erste Sonne, die ihr beschworen habt, ist immer noch da. Die bleiben den ganzen Kampf über. Also, ich glaub, bei meinem zweiten Run mit Bounty Hunter, da waren hier, glaub ich, zwölf Sonnen, mindestens, im ganzen Raum verteilt. Aber gestorben ist keiner von den vier Leuten. Also, bei meinen, bei meinen ersten beiden zwei Runs, da war Black Tell noch für vier Leute ausgelegt. So, dann war schon alles mitnehmen für die Bonus-Mission. So, dann haben wir die nächste Bonus-Mission aktiviert. Dennoch kommt ja der Bonus-Quest, äh, wo, was? Ja, den durften wir jetzt auch hinbekommen. Moment. So, noch mal kurz einen Schnitt gesetzt. Könnte noch Spaß weitergehen. Also, ich würd'n sagen, normale Black Tellen ist ideale Combo. Cis-Inquisitor und Bounty Hunter. Weil egal, was looted, jeder kann Bedarf darauf würfeln. Abhängig jetzt auch von Gefährten. So, diese Konsum gilt es dir zu zerstören. Hier ein Stück an der Zahl. Na, mein Blutus ist noch nicht ready. Schade. Dafür rushen wir einfach hier zu schnell durch. Ja, dann haben wir den Flash, mein Boss. Oh, von Mission ist Level ab. Jo, geht's. Warte mal, hier ist noch einer. Ja, wer ist das? Ja, machen wir den auch noch tot. Komm, wir müssen uns mit dem Bonus-Boss kümmern. Geld ist immer gut. Mal warte. Oop, sorry. So, hier durch die Tür kommt jetzt der Bonus-Boss raus. Eigentlich keine allzu gefährlichen Fähigkeiten, außer einen Blasterschuss. Ein Schlag, den man zurück schleudert und halt Blasters alle. Mehr gibt's da nicht. Im normalen Modus, da kann man sich auch prima hinter dem Kissen verstecken, falls man die Abro hat. Ansonsten einfach nur Schaden knüppeln, bis sie geht nicht mehr. Okay. Was ich vielleicht auch so gut ist, ist ein bisschen zu interruppen. Jo. Den kann ich nicht nur in den Kopf schocken. Weil dann wäre der auch nicht ganz so schlimm, der Typ. Ja, der ist fast tot. Uiuiui. Uiuiui, jetzt, äh. Den Kopf, das ist noch verwecken. Ach, das schaffen wir schon. Ich habe nicht, dass er einen starken Schlag unterbrochen muss, der ist tot. Genau. Nice. Ah, wieder was. Für ihn, Quies. Ja, nee, brauche ich nicht. Ich auch nicht. Ich hoffe, es ist besser. Ich habe das Rakata-Teil. Oh, schon? Ja. Ich habe auch das Rakata- und so einen Streiter-PVB-Ding. Okay. Ja, Flashpoint ist so gut wie durch. Jetzt wartet nur noch der Endboss. Die olle Bitch. Ja, die olle Bitch, ey. Ich wollte doch noch ein bisschen zuschauen, was er bekommen wird. Was ist das für ein Umgangs-Tot? Warte, warte. Ich bin noch nicht da. Warte. Ja, und Pogto ist tot schon verrecklich. Ich werde nie sterben fahren, ey. Jetzt wird es wie Wacken-Tot. Wie ist so nahe? Nein, da geht das sogar. Du schnell verrecklich nicht. Ich meine, den Traff wäre es nichts. Oh! 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 Na, komm Wirking! Hauptsache unsere Dimension... Genau! Obwohl bei Udyra gibt es ja auch einige Kleinigkeiten zu beachten... Oh! Das war jetzt nicht so viel so... Müssen wir auch gehen? Ja, würde ich auch mal sagen! Wie gesagt, mit... Der Boss ist zwar einfacher, mit dem ist trotzdem nicht gut Kürschen essen! Ich versuche auch dann immer bei... ...denmage draufzumachen, die ganzen Dots draufzuhauen und so weiter... Ja! Ich glaube, beim Dimension direkt steht... Ja! Schnapp wird's wahrscheinlich wieder! Hm... Dann auf ins Verderben! Die Rettungskapseln sind... Und was wird aus euch? Ich stelle mich meinem Schicksal! Bleibt wo ihr seid! Oh, ein Padawan! Hab ich Angst! Das Ende ist nahe! Ich lasse mich nicht von jemandem wie euch... Ich bin ein Padawan! Oh Gott! Ich bin ein Darth! So! Dieser Boss hat zwei Fähigkeiten, auf die man sehr gut aufpassen muss! Ihr werdet nicht gewinnen! Das schwöre ich euch! Ihr werdet nicht gewinnen! Das schwöre ich euch! Und habt ihr Fähigkeiten, die ihr noch wirken könnt beim Laufen? Und habt ihr Fähigkeiten, die ihr noch wirken könnt beim Laufen? Einfach Schaden machen, weil wenn der Boss Enrage geht, dann... ...heißt das auch sofortiger Vibe! Der andere Skill von ihr ist einfach nur... ... einen zufälligen Spieler anspringen... ...und rumnerven! Ihr werdet nicht gewinnen! Das schwöre ich euch! Macht jetzt ordentlich Damage, Leute! Oh ja! Wir sollten uns aber ein bisschen hier beeilen! Äh, die Lady, die sagt mal... ...aufgehen! Ja, aber am besten erkennt man halt... ...die Scheiße, wenn sie sagt... ...Ihr werdet nicht gewinnen! Boah! Ja, da knüppelt sie gut rein! Oh scheiße, unser Highlight! Oh ja! Ja, der Anfang war scheiße ein bisschen! Ah, das schafft man die! Ist nur noch ein Heldpunkt! Ihr werdet nicht gewinnen! Das schwöre ich euch! Auf! Tränke! Tränke! Ich hab keine Tränke! Naja... Ah, schade! Kass! Kass! Das kommt nicht mit rein! Ich hoffe doch! Ja, das nervige ist, dass sie rumspringt! Gerade wenn ich so ein... ...Fernkampf-Skill wirken will... ...und ich zum Beispiel mal anspringen... ...dann sagt er mir zu nahe... ...und das war's auch schon! Dann muss ich an die ranlaufen! Ähm... Scheiß auf den Ranspringen! Ich lauf einfach rein! Ja ne, das Ranspringen macht ja Schaden... ...und baut für mich noch mal Wut auf! Ja, okay! Deswegen, wenn die... Dann will man kurz pissen! Okay, wir laufen derzeit zum Boss! So, und weiter geht's! Einmal schnell durchwaffen... ...und ein... ...und ein Protor! Schnapp sie dir! Ihr könnt fortlaufen oder einfach hierbleiben... ...aber weiter lasse ich euch nicht! Naja, diesmal sind wir auf dich vorbereitet... ...und dieses Stück! Okay, raus! Ihr werdet nicht gewinnen! Das schwöre ich euch! Und am besten immer seitlich laufen! Denn rückwärts laufen dauert zu lang! Ja! Und wieder einmal... Scheint die Tusse meine Gedanken gelesen zu haben! Ja! Denn ich wollte mal wieder Machtsprung anwenden! Und die springt genau in meine Richtung! Damit ich ja nicht rankomme! Ihr werdet nicht gewinnen! Das schwöre ich euch! So, noch Machtsprung hinterher! Und jetzt aber den Machtsprung! Ne! Wieder nicht! Ich weiß nicht, was sie gerade gegen mich hat! Sie hat dich lieb! Ja, ja! Ich... Sie aber nicht! Ich hab meine Jester lieber lieb! Oh, diesmal läuft's wirklich viel besser! Ihr werdet nicht gewinnen! Das schwöre ich euch! Ja, ja! Epic Fail, wenn man noch an der scheiß Kiste hängenbleiben würde! Und tot! Boah, ich auch falsch! Ne! Du ist nicht tot! Wie viel HP? Jawoll! 47! Oh, lol! So! Das nennt man praktisch, äh... Gehalt, nur wenn's groß! Äh, diesmal kannst du die haben, ne? Weil ich hab die letztes Mal gehabt! Am Schienen? Ja, äh, hast du noch nicht! Cool! Regierung brauche ich nicht! So, wer will die Biometrie-Kacke? Ecke, ecke! Ah, gut! Dann hab ich mal wieder nur Rap-Kosten aus dem Dungeon mitgebracht! Ja, geil! Hab ich noch ne schöne... ...Armschiene! Lecker! Ja! Wunderwald können wir gleich noch nen Run machen! Ganz sch... Ah, ne geht ja nicht! Äh... Ne, ich glaub, ich werd... ... kann nicht mehr dabei sein! Ah, schade! Äh, dann werd ich PvP machen! Ja, oder, oder... ... mach noch, äh, hier... ...NHC, kurz Endermannschaft! Obwohl, das könnte jeder machen, weil ich hab das ja schon... ...oder wir können dann morgen HC machen! Weil wir wollen dann nach Hel-Fabrik machen! Ne, aber trotzdem muss es auf NHC machen! Ach so! Ja, dann können wir das schnell machen! ... ... Alter, was habt ihr denn? Was hat das für'n Schaden, gell? Ich hab grad nicht geheilt! Ja, das ist super! Gut, dass ich ne Machtharnung habe! Wut! 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 Ich hab das noch mal... ...unsterbliche Wut! 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 Und auch hier können wir entscheiden, ob wir ihn am Leben lassen oder ihn tröten. Ich habe genug davon gehört. Ja, ich sollte nicht erwarten, dass euch das... Nun habt ihr mich. Mich, meinen Bauch. Lebend bringt ihr mir nichts. So soll es sein. Oh! Naja, weil er gewürfelt. Ja, eben. Höre Würfel. Es geht sich halt darum, dass du trotzdem deine helle Seite, Punkte und deine Zulangung von deinen Gefährten bekommst. Naja, stimmt, stimmt. Ich weiß auch, was ich sage. Dein Gefährte sieht, du hast trotzdem gute Absichten gehabt. Und wenn es ihm gefällt oder nicht gefällt, kriegst du angerechnet. Genau, den Rest können wir erfahren. Müssen wir halt nur noch... Hier wieder Terminal benutzen. Und zur Black Talon zurückkehren. Was war es auch von? Einer klickt auf Drum und Kars. Was will ich auf Drum und Kars? Naja, wenn ich auch wenn es dann kommt, haben wir alle gewählt. Idiot! So. Dadurch, dass wir jetzt die dunkle Seite Option gewählt haben, gab es auf der Brandl Star einen kleinen Unfall, wie der Droide sagt. Nun, dieser Unfall sieht so aus, dass sich hier die halbe Crew gegenseitig umgebracht hat. Ah, ich liebe meinen 110%-Mount. Und die Tür bleibt diesmal hier. Die Tür ist treu der Republik eben. Wie den Scheiner. Wie den Scheiner... Wie den Schein da! So, man sieht, hier sieht's nicht mehr so goldig aus. Ja, ja, ich weiß, Kippen. Das ist korrekt. Großmoth Kilaran erwartet... Da die Crew nun tot ist, gibt es... Ich öffne den Kanal. Wie gut, dass ich meine Freunde an Bord der Backtab. Der Druide hat mich über eure Arbeit unterrichtet. Die Brantel Star wurde ausgeschaltet und der General ist tot. So schade, dass ihr nicht die Bennig zurückgebracht habt. Ihr könnt stolz sein. Dies ist nur eine von Fieten. Der General war einer der wichtigsten. Jeder soll wissen, wessen Verdienst das war. Ich wähle den anderen Moffs, aber meine Worte sind belangt. Das sollte inspirierend sein. Ich wollte Brom und Kars drücken. Ne, schade. Ja, du hast wahrscheinlich auszusehen von W auf die 2 gekommen. Ich hab gewonnen. Ist mir lustig gewesen. Hm. Ja. Ist es dann entscheidend für alle? Ja. Ja. Ja, läuft. Das heißt, hätte er als einzige jetzt Drum und Kars genommen, wären wir jetzt auf Drum und Kars. Auch wenn wir die Plotte gewählt hätten. Weil er die Koordinaten eingegeben hat. Sozusagen. So. Das war's auch schon vom Flashpoint Black Talon. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ihr gut kommentieren, bewerten, abonnieren. Und das nächste Mal sehen wir uns dann auf dem Flashpoint Entermannschaft. Bis dahin und tschö mit Öl.